Nagelpistolen sind Werkzeuge, die verwendet werden, um Nägel schnell und effizient in verschiedene Oberflächen wie Holz oder Beton zu treiben. Diese Geräte sind wichtig, da sie den Arbeitsprozess beschleunigen, die Genauigkeit verbessern und die körperliche Belastung verringern können. Sie werden häufig in der Bauindustrie, beim Möbelbau und bei anderen handwerklichen Tätigkeiten eingesetzt, um die Effizienz zu steigern und die Arbeitszeit zu verkürzen. Die Verwendung von Nagelpistolen erleichtert die Befestigung von Materialien und trägt zur Präzision bei, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in vielen Handwerksbereichen macht. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Nagelpistolen. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Rapid PB 131. Leistungsstärke und äußerst strapazierfähige Druckluftnagelpistole für den professionellen Einsatz. Perfekt geeignet zur Befestigung von Holzpanelen, Türrahmen, Sockelleisten, Holzterrassen, Balkonen und im Möbelbau. Geeignet für Stauchkupfnägel Typ 8 mit einer Länge von 15 bis 50 mm. Eine effiziente Lösung für die Befestigung von dickeren Materialien oder wenn längere Nägel benötigt werden. Ladekapazität 110 Nägel mit Schnellladesystem Der Nagler ermöglicht schnelle und präzise Befestigungen auf dickerem Holz mit einer großen Anzahl von Nägeln, beispielsweise Holzpanelen, Türrahmen, Sockelleisten, Holzterrassen, Balkonen und im Möbelbau. Luftverbrauch liegt zwischen 0,81 und 1,12 Litern pro Schuss bei einem Arbeitsdruck von 5 bis 7 Bar. Mit Einzelschussauslösung, 360 Grad verstellbarer Abluftblende, robustem und langlebigem Magnesiumgehäuse, geringem Gerätegewicht, Nasenschutzkappe, komfortablem Griff und 2 Jahren Garantie. Hier ist der Punkt Nummer 4, Tuckwise A80-16V. Druckluftbetriebener Polstertacker, der in einem robusten Tragekoffer geliefert wird und entwickelt wurde, um Präzision und Leistung für kontinuierliche Polsterarbeiten und Allzweckheftaufgaben zu bieten. Das effiziente Unterlademagazin mit Schnellverschluss ermöglicht das Abschießen von 150 Heftklammern vom Typ 80, 4, 1,6 mm, ohne dass nachgeladen werden muss. Wir empfehlen dringend die Verwendung von Tuckwise Heftklammern, um eine reibungslose, unterbrechungsfreie Leistung sicherzustellen. Dieser Tacker bietet einen Einzelschussmodus und ist mit einer langlebigen Nageltreiberklinge und einer oberen Abgasanlage ausgestattet, um ein niedriges Schwingungsemissionsniveau von 1,7 ms² für eine optimierte Leistung beim Heften zu gewährleisten. Das robuste, superleichte Design verfügt über einen doppelten Sicherheitsabzug und einen weichen Gummigriff, der Sicherheit und Komfort bietet, während die schlanke Nase präzise Hefergebnisse ermöglicht. Es handelt sich um einen professionellen Drucklufttacker, der sich für eine Vielzahl von Allzweck- und Polsteranwendungen eignet, darunter das Heften von Stühlen, Sofas, Sitzen, Polsterkissen, Jalousien, Markisen, Isolierungen, Verkleidungen und einer breiten Palette von Heftarbeiten. Der Punkt Nummer 3, Güte 40.220 Das Druckluftklammer- und Navigrad ist ein perfektes Werkzeug für den Innenausbau, um Holz- und Gipsplatten an Decken und Wänden zu befestigen sowie Dämmfolien und vieles mehr anzubringen. Es kann entweder Klammern mit einer Dicke von 1 mm und einer maximalen Länge von 40 mm oder Nägel mit einer Dicke von 1,05 mm und einer maximalen Länge von 40 mm verarbeiten. Ob für Polsterarbeiten oder zur Verwendung bei Dekorationen und Raumgestaltungen das Klammer- und Nagelgerät ist äußerst vielseitig einsetzbar und ermöglicht ein effizientes und schnelles Arbeiten bei unterschiedlichsten Aufgaben. Die Sicherheitsschlagsparre gewährleistet optimale Sicherheit und verhindert ein versehentliches oder unkontrolliertes Lösen von Klammern oder Nägeln. Der praktische Koffer sorgt für Ordnung und sicheren Transport und enthält bereits eine Grundausstattung an verschiedenen Klammern und Nägeln. Nummer 2 in unserer Liste – Einhell Druckluft-Tacker TCP-N50 Der Einhell Druckluft-Tacker TCP-N50 ist ein vielseitiges Werkzeug für den Einsatz in Werkstatt, Haus und Garage. Dieses 2-in-1-Kumbigerät besteht aus einem Druckluft-Klammergerät und einem Druckluft-Nagler. Der rutschfeste Griff ermöglicht ein angenehmes und sicheres Arbeiten. Der Tacker liefert die beste Leistung ab einem Schlauch-Innendurchmesser von 9 mm. Der maximale Betriebsdruck beträgt 8,3 bar. Eine vorhandene Sicherheitsnase verhindert ungewolltes Auslösen des Geräts. Es können 5,7 mm breite Klammern mit einer minimalen Länge von 13 mm und einer maximalen Länge von 40 mm eingespannt werden. Die Nagellänge der 1 mm starken Nägel kann zwischen 10 mm und 50 mm variieren. Die Füllstandsanzeige zeigt die Anzahl der noch verbleibenden Klammern oder Nägel im Magazin an. Für präzises Arbeiten steht eine Tiefeneinstellung zur Feineinstellung der Einschusstiefe zur Verfügung. Die Nummer 1 in unserer Liste, Einhell Elektrotacker TCN 20E In der Bastelstube ist die Verwendungsvielfalt breit gefächert. Zu Hause kann der Einhell Elektrotacker verwendet werden, um Papierstapel zu binden, Sitzflächen neu zu beziehen, Textilien zu befestigen oder kleinere Reparaturen durchzuführen. In den Händen eines Hobbyheimwerkers eignet sich der Elektrotacker ideal für Projekte jeder Größe. Kleine Stellen lassen sich mühelos mit Gittern fixieren, ebenso können Folien oder Isoliermaterial einfach befestigt werden. Eine elektronische Einstellung der Schlagkraft ermöglicht die Anpassung an das jeweilige Material und garantiert optimale Arbeitsergebnisse, indem die Schlagkraft nicht zu stark ist, jedoch die Klammern sicher ins Material getrieben werden. Die Sicherheitsnase schützt vor Unfällen, indem Klammer- und Nagelauslösung nur im Arbeitsmodus funktionieren. Die gut sichtbare Anzeige des Magazin-Füllstands ermöglicht eine schnelle Einschätzung, wann nachgeladen werden muss. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Nagelpistollen unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten. Hm.